Willkommen in der Welt von FIGA. Welcome to the FIGA World. Das neue Herz der Marke ist ein einzigartiges Schulungscenter. Hier macht FIGA aus Attendorn die Zukunft des Bauens erlebbar und vermittelt Fachwissen in den Bereichen Trinkwasserhygiene, Energieeffizienz und digitales Bauen. FIGA ist einer der weltweit führenden Anbieter für qualitativ hochwertige Installationstechnik. Der Fokus der rund 5000 Beschäftigten liegt auf der Entwicklung und Produktion von Lösungen für Trinkwasserhygiene, Energieeffizienz, Komfort und Sicherheit im Gebäude. Heute liegt die Verantwortung für die Unternehmensgruppe in der vierten und fünften Generation bei Walter Figener und Anna Figener als Vorsitzende des Gesellschaftsausschusses. Die neue FIGA World ist ein interaktives Seminarcenter und das Referenzprojekt für digitales Bauen. Das Gebäude, selbst konsequent mit Building Information Modeling, kurz BIM, an einem digitalen Modell geplant, wird dabei durch interaktive Exponate und transparente Wände zum Lernobjekt und Ort des Wissenstransfers. Die FIGA World macht es möglich, theoretische Inhalte an den technischen Anlagen praktisch zu erleben. Im Aqualab werden das Prinzip der Trinkwasserhygiene sowie beeindruckende Trinkwasserinstallationen simuliert. Zugleich ist das Gebäude auch ein Statement in puncto Nachhaltigkeit. Uns als Familienunternehmen ist es wichtig, Hands-on-Lösungen für die Gebäude von morgen zu entwickeln. Die mit BIM geplante und klimaneutrale FIGA World ist Wegweiser dafür, wie wir in Zukunft effizient und nachhaltig Gebäude planen, bauen und nutzen können. Für FIGA ist das Know-how der Schlüssel zum Erfolg. In 23 Seminarcentern auf der ganzen Welt vermittelt der Innovationsführer sein Wissen in Theorie und Praxis. Heute exportiert das Unternehmen in über 75 Länder und ist überwiegend mit eigenen Vertriebsorganisationen global präsent. Im Jahr 2022 erzielte FIGA einen Umsatz von 1,8 Milliarden Euro. In den bekanntesten Gebäuden der Welt sind FIGA-Produkte und Lösungen installiert. Für das außerordentliche Engagement in NRW und die internationale Erfolgsgeschichte wird FIGA mit dem NRW Global Business Award ausgezeichnet.